Ja, ich bin Franz Jansson, ich habe die Übersetzungsredaktion für das deutsche Dragonbane, wo wir im Moment das Crowdfunding am Laufen haben. Dragonbane ist ein Fantasy-Rollenspiel, was oldschoolige Züge mit modernen Mechanismen verbindet und mit dem großartigen Artwerk von Johann Egerkranz. Die verbotene Lande ist gewissermaßen ein Schwestersystem und es sind auch einige Mechanismen, die ähnlich sind. Ich würde sagen, Dragonbane ist das bisschen Klassichere im Sinne davon, dass es mehr Dungeon-Spiel bedient. Das ist auch so ein bisschen das Bier- und Brezligere. Free League selbst nennt es Murs and Mayhem Roleplaying. Wir haben das mal im Moment übersetzt Arbeitszittel als Gaudi- und Gekloppe-Rollenspiel. Heiterkeit und Haue ist auch noch in der engeren Wahl. Also es ist mehr so für einen One-Shot, für einen Abend, um einen knackigen Dungeon durchzuspielen, kleine Kämpfe, die schnell abgehandelt sind. Es hat weniger stark diesen Überlebens-Überland-Charakter, den wir bei Verbotene Lande drin haben und auch nicht so ganz stark diese Entdeckungsfaktor mit Zufallstabellen und Lagermachen. Dragonbane ist der englische Titel, den Free League sich überlegt hat, um es international zu vermarkten. Eigentlich heißt das Spiel Traka Okta Mona und ist im Prinzip das schwedische klassische Rollenspiel. In den Anfang der 80er, wo Dungeons & Dragons international bekannt wurde, hat sich in Deutschland, die Geschichte ist jedem bekannt, DSA entwickelt. In Schweden gab es eine Parallelentwicklung, die haben auch ihr eigenes Spiel gemacht und ähnlich wie DSA wollten sie sich absetzen vom amerikanischen Original. Und man kam auf ähnliche Ideen. Man wirft mit einem W20 nicht mehr hoch, sondern tief. Das heißt, die 1 ist der beste Wurf, die 20 ist der schlechteste. Und auch ähnlich wie DSA hat es dem Fertigkeitensystem ein bisschen mehr Gewicht gegeben, als es bei D&D der Fall ist. Der Unterschied ist, dass bei Dragonbane bzw. Traka die alte Chaosium-DNA, also das, was so von RuneQuest kommt, was auch einer der Rollenspiel-Urahnen, ich sag mal, man macht ja oft so drei Uhr-Wurzeln aus, D&D, RuneQuest Traveller. Und diese RuneQuest-Wurzel ist bei Traka Okta Mona ein bisschen stärker drin. Das merkt man unter anderem eben an W20-Niedrigwürfeln, das merkt man an einem Fertigkeitensystem, das merkt man aber auch an so netten Sachen, dass Enten eine klassische spielbare Rasse sind oder ein klassisch spielbares Volk, wie wir es nennen. Also auch, was für deutsche Rollenspieler, die in der DSA-Tradition aufgewachsen sind, vielleicht vertraut wirkt, ist, dass eine Rüstung nicht den Rüstungsklassewert erhöht, wie man es von D&D kennt, sondern dass sie im Prinzip vom Schaden abgezogen wird und genauso, dass es auch keinen extra Kampfwert gibt, sondern dass es eine Fertigkeit unter vielen ist, beziehungsweise mehrere Fertigkeiten. Ähnlich wie auf DSA-Charakterbögen haben wir Schwerter, haben wir Hiebwaffen, haben wir Raufen, was im Moment unser Arbeitstitel für das Waffenlose kämpfen ist. Und darauf wird eine normale Fertigkeitsprobe abgelegt, die eben wie bei Dragonbane bei allen Fertigkeitsproben mit einem W20-Unterwürfeln ist. Also habe ich Schwerter 14, ist 14 und alles niedriger ein gelungener Angriff. Das ist ja, so ein bisschen steht da dazwischen, zwischen der D&D-Schiene und dem, was man von DSA kennt. Man kann eine Parade machen, aber damit verzichtet man auf seine andere Aktion, also auf generell seine Aktion in dieser Runde. Man entscheidet sich also eine Parade zu machen und greift nicht an in der Runde. Es kommt also im Resultat deutlich seltener zu Paraden und wir vermeiden die von DSA bekannte Attacke-Parade, 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 nichts passiert Spirale, wo alles gelingt und quasi kein Effekt kommt. Weil im Prinzip entscheide ich mich nicht in die Offensive zu gehen und kann stattdessen parieren oder ausweichen. Traka Okta Mona war in den 90ern in Schweden das Go-To-System und zwar so weit, dass halt diverse Welten mit Traka Okta Mona bespielt wurden. Und wir haben jetzt in dieser Crowdfunding-Kampagne das, was auch in der englischen Box drin ist, das Misty Whale, bei uns das Nebeltal. Das ist eine kleine Sandbox, die aber erstmal überschaubar in ihrer Beschreibungsdichte ist. Wir haben keine tiefe Weltbeschreibung. Es steckt da subtil eine Welt dahinter, die es mal in den 90ern gab. Arab Alturi wird im Moment auch auf Schwedig gecrowdfundet, aber gar nicht von Free League. Ja, so haben wir einfach nur dieses Tal und es gibt keine besonders tiefe Weltbeschreibung. Was natürlich eine Chance ist, weil es sich sehr gut eignet, um eigene Home-Pro-Welten zu machen oder für das schon bekannte eigene Setting verwendet zu werden. Also wir haben nicht direkt ein eigenes Setting, sondern wir liefern die Möglichkeit bzw. eine Option, Aventurium, die bekannte DSA-Welt oder zumindest einen kleinen Teil davon, nämlich die grüne Ebene, mit den Dragonbane-Regeln bespielen zu können. Und wir haben uns das als Vorlage genommen, so wie in der Dragonbane-Box das Nebeltal als ein kleines Setting beschrieben ist, mit in der Mitte einem Hauptort, der Basis für die Abenteuer ist und von dem man in die verschiedenen Schauplätze zielt, die sich jemals in einem kompakten Abenteuer im Idealfall an einem Abend durchspielen lassen. So haben wir uns die grüne Ebene mit Travingen als Hauptort in der Mitte genommen und werden darum spannende Abenteuerschauplätze ansiedeln, wo man auch im Idealfall in einem kurzen One-Shot an einem Abend hinreisen kann, um ein gaudi- und gekloppehaftes Abenteuer zu erleben. Ja, ich habe ganz großartige Kollegen, die diesen Band betreuen. Wie gesagt, ich habe die Übersetzungsredaktion. Die grüne Ebene als Zusatzband, der Dragonbane für Aventurien adaptiert, wird von Thomas Römer, seines Zeichens DSA-Urgestein, und Evie Demetel, die ja ebenfalls mal DSA-Chefredakteurin war, also im Prinzip zwei hochkarätigen DSA-Köpfen, verantwortet, geplant und ja, auch bestimmt der ein oder andere Teil geschrieben. Es gibt einige bekannte DSA-Namen, die zu dem Band 3 beitragen werden. Enthüllt haben wir bis jetzt schon Anton Weste, der auch einen gewichtigen Teil schreiben wird. Auch Mayrich Dritter wird uns schon zugesagt, dass etwas beigetragen wird, sofern das zugehörige Bonuszahl erreicht wird. Und es gibt noch einige, die, glaube ich, kundige DSA-Fans wiedererkennen und auch, glaube ich, schätzen werden. Ja, und das Haupt- und Kernprodukt unseres Groundfundings ist die Dragonbane Box, in der ist enthalten im Prinzip fast alles, was man erst mal zum Lospielen braucht. Das heißt, es sind ein Regelbuch dabei, wo die Charaktergenerierung geschildert wird. Also es sind nicht nur vorgefertigte Charaktere, sondern man kann seine eigenen bauen, mit den kompletten Regeln. Nur mal damit, wenn man eine Hausnummer hat, das Regelbuch hat mit allem, mit Charaktergenerierung etwas über 100 Zeiten. Also es ist ein schmales Regelwerk und dabei aber ein vollständiges Regelwerk. Dazu kommt bei uns noch ein Abenteuerband. Der ist bei Free League damals im Crowdfunding mit Bonuszielen erreicht worden, Stück für Stück freigeschaltet. Der ist bei uns direkt komplett dabei. Das ist eine Setting-Beschreibung eben des Nebeltals zusammen mit elf Abenteuerschauplätzen. Und man kann die einzeln spielen, jeden für sich, als kleine One-Shots. Man kann das aber auch zu einer lockeren Kampagne verbinden. Ohne, dass es jetzt einen mega stark gespannten Handlungsbogen gibt, gibt es wiedererkennbare Elemente und es mündet in ein Finale. Also der eine Abenteuerschauplatz, beziehungsweise das eine Abenteuer, liegt nahe, es am Schluss als Finale zu spielen. Zusätzlich werden noch drin sein, Solo-Regeln. Das ist nicht ein Solo-Abenteuer, wie man vielleicht die Abenteuerspielbücher kennt, sondern es ist, wer ihn kennt, Sean Tompkin, der Kopf hinter Iron Zone. Der hat damals für die englische Kampagne Solo-Regeln geschrieben. Das ist ein schmales Heftchen, 16 Seiten. Es geht dann darum, man muss sich die Situation ein bisschen selbst im Kopf ausmalen. Und Würfeltabellen helfen einem, auf Ideen zu kommen, wie es weitergehen kann. Das haben wir auch direkt schon drin. Mittlerweile freigeschaltet haben wir Blanko-Charakterbögen. Es gibt noch einiges auf der Bonus-Ziel-Tabelle, die ich auf meinem Rechner habe, wo wir uns freuen, das mit in die Box reinlegen zu können, wenn das Crowdfunding so erfolgreich wird, dass wir es noch freischalten. Wer da mal einen Blick auf die englische Kickstarter-Kampagne wirft, der wird da bestimmt noch einiges finden, wo er denkt, oh, das wäre doch cool, wenn wir das im Deutschen auch drin hätten. Im Rahmen des Crowdfundings machen wir auch schon das Regel-Hardcover. Free League hat das erst auf Englisch bzw. Schwedisch angekündigt jetzt im vergangenen Oktober. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, es schon in diesem Crowdfunding mitzumachen, dass Leute nicht sagen können, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich aufs Hardcover gewartet. Wir haben dann den Regelband aus der Box eben in einer Hardcover-Bindung. Inhaltlich kein Unterschied, außer es ist noch ein zusätzliches Einführungsabenteuer dabei. Das gibt es auch exklusiv nur im Hardcover. Jetzt kann man sagen, jetzt muss ich nur kaufen für das Abenteuer. Erstens sind uns da die Hände gebunden, das ist eine Vorgabe für ein Free League. Und naja, wir wollen schon auch noch einen Anreiz schaffen, dass man zusätzlich zur Box sich vielleicht das Hardcover anschafft. Ich sage es immer so, die Box hat man irgendwann durchgespielt und man spielt seine eigenen Abenteuer damit. Dann möchte ich vielleicht am Tisch ein robustes Buch haben, was auch den Zahn der Zeit übersteht und nicht das Softcover-Heftchen aus der Box. Insofern ideales Ergänzungsprodukt zur Box. Und gleichzeitig wurde ein Bestiarium angekündigt, was wir im Englischen schon als PDF haben. Ich sage mal so, wenn das Crowdfunding sehr gut läuft und im Moment sieht alles danach aus, werden wir uns bald an die Übersetzung des Bestiariums begegnen. Ich habe schon Interessenten für diverse Monster. An der einen oder anderen Stelle wollen wir auch versuchen, ein paar Sachen besser zu machen, als die ohnehin schon sehr, sehr gute englische Box. Zum Beispiel beabsichtige ich ein bisschen mehr, Regelbegriffe typografisch deutlich darzustellen, also hervorzuheben, damit man weiß, ah, das ist ein wichtiger Regelbegriff und geht nicht so im Fließtext unter. Auf dem Spielleiterschirm möchte ich gerne Seitenverweise unterbringen, damit man direkt weiß, wo im Regelbuch man nachschlägt und die eine oder andere Kleinigkeit, die sich noch im Laufe der Übersetzungsarbeit ergeben wird. Was mir bei Dragonbane auch ziemlich gut gefällt, ist, dass es eine sehr gute Informationsaufbereitung hat. Das heißt, die Seiten sind nicht überfrachtet mit langen Fließtexten, aus denen man sich alles raussuchen muss, sondern das ist viel gearbeitet mit Spiegelstrichen, mit Unterüberschriften oder bei den Abenteuerschauplätzen sind die sehr raumorientiert. Und zum Beispiel so ein kleines Detail, das ist mir tatsächlich erst selbst bei der Übersetzungsvorbereitung aufgefallen. Die Spiegelstriche haben normalerweise eine Farbe und wenn aber ein Regelmodul betroffen ist, dann haben sie eine andere Farbe, dann sind die farbig herausgestellt. Dann weiß ich als Spielleiter, oh, hier muss ich aufpassen, hier kommt eine Regel zur Anwendung, hier kann was Besonderes passieren und ich kann nicht einfach nur frei erzählen. Das ist so ein Beispiel. Ich habe das übrigens auch von den Übersetzern als Rückmeldung gekriegt, die sagen, oh, das lässt sich dadurch eigentlich sehr schön locker flockig übersetzen, weil ich so kleine Abschnitte habe, die für sich ganz gut wie so gekapselt sind und die dann schön einzeln stehen. Also generell ist das sehr spielleiterfreundliche System, kleine Anekdote an dieser Richtung, ich habe so eine Runde, wo ich mit Freunden über den Discord-Server öfter mal was spiele, gerne One-Shots und One-Shots in Anführungsstrichen, weil meistens gehen die zwei, drei Sitzungen, wo wir dann Folgetermine finden müssen. Tatsächlich ein Dragonbane-Abenteuer war das einzige Abenteuer, was unser Spielleiter an einem Abend, in einer Sitzung tatsächlich als One-Shot durchgekriegt hat. Wie schafft es das? Ja, zum Beispiel, indem es sehr gut schon aufbereitet die Monster. Es gibt dann Angriff in der kleinen Würfeltabelle, wie es in jeder Runde angreift. Eine KI wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist im Prinzip, es nimmt die Arbeit ab, zu entscheiden, was in der Runde passiert. Sie sind auch alle recht nett und abwechslungsreich. Die NSCs haben kleine Porträts über ihrem Wertekasten. Da ist in seiner kleinen Vignette alles, was ich zum Leiten brauche, drin. Gefahren in den Dungeons sind rot hervorgehoben. Sehe ich sofort auf einen Blick. Und generell sind die Dungeons, ich habe ja schon gesagt, es ist eher eine Dungeon-Orientierung in den Abenteuern, überschaubar. Die sind nicht größer, als sie sein müssen. Ich habe da drei, vier Räume. In jedem passiert was Interessantes. Und dann habe ich den Kern des Dungeons auch schon abgefrühstückt. Und deswegen sind die schön knackig in einem Abend in einer Sitzung durchspielbar. Warum brauche ich Dragonbane als ein 12.000. weiteres Fantasy-System? Warum sollte ich von DSA überlegen, zu Dragonbane zu wechseln? Warum sollte ich von D&D, wenn ich glücklich bin, damit zu Dragonbane wechseln? Ich denke, von beiden großen Systemen, die wir in Deutschland haben, erkenne ich Sachen wieder. Ich bin schnell drin. Ich habe eine W20-Probe mit Niedrigwürfeln für den DSA-Ler. Ich habe ein Vorteil-Nachteil-System, um günstige oder ungünstige Umstände abzubilden. Das erkennt man als D&D wieder. Aber warum jetzt Dragonbane? Weil es, glaube ich, von den drei genannten das Schmalste, das Überschaubarste ist, was ich wirklich schnell erklären kann, was ich, denke ich mal, in zehn Minuten jemandem verklickert und ich komme sofort ins Spiel. Es ist gut aufbereitet. Ich habe es schnell out of the box ausgeteilt und gespielt. Und ja, wahrscheinlich ist es das Regelsystem, was am wenigsten im Weg steht, wenn ich es mal so sagen soll. Bevor ich mich verabschiede, muss ich noch einen Wetteinsatz einlösen. Beim Eröffnungsstream des Crowdfunding habe ich angekündigt, wenn wir 150 Prozent erreichen bis zu diesem Interview, dann werde ich singen. Jetzt habe ich da nichts Umfangreiches vorbereitet, aber ein kleines Ständchen für das Dragonbane-Crowdfunding soll es dennoch geben. Oh, Dragonbane, oh, Dragonbane, wie grün ist deine Ebene. Du hast nicht nur die Drachen da, nein, auch Dämonen wunderbar. Oh, Dragonbane, oh, Dragonbane, du kannst mir sehr gefallen. Und ich hoffe, euch auch. Okay.